Wir finden die Arbeit fantastisch, die Hamburg Aviation macht und wir freuen uns auch darauf, dass wir jetzt mitmachen können. Das heutige Forum hat uns wieder viele spannende Vorträge gebracht. Wir haben Einblicke in verschiedenste Themen bekommen. Mir hat es super gut gefallen. Ich fand es total schön, wie entspannt es war. Die Sustainable Cabins, Sustainable Aviation Awards, das ist ein Thema, an dem momentan keiner vorbeikommt. Da finde ich es auch ganz toll, dass gerade diese Themengebiete hier eine Bühne kriegen. Darüber hinaus war für mich besonders wichtig, mich wieder mit vielen Freunden, Partnern zu treffen, wie man das hier in unserem Forum immer macht. Die Gespräche waren sofort sehr persönlich oder auf einem total angenehmen Level. Tatsächlich habe ich einen Vortrag als sehr spannend wahrgenommen, der Gewinner des Masterpreises, der ein total spannendes Thema hat, was in meiner aktuellen Forschungstätigkeit immer wieder aufkommt. Ich habe viel positives Feedback bekommen für den Vortrag. Das hat mich natürlich gefreut. Genauso konnte ich auch selbst Fragen stellen zu den Vorträgen. Da freut man sich natürlich sehr drüber und ist natürlich auch motivierend. Die Atmosphäre finde ich heute Abend cool, weil ich habe die Wahrnehmung, dass ganz viele von Young Professionals im Netzwerk heute Abend da sind. Das Highlight für mich war letztendlich tatsächlich die Austausch jetzt am Ende. Mit den verschiedensten Leuten. Also es war ja wirklich jeder da heute, vom Studenten bis zum CEO, alles dabei. Vielen Dank an das gesamte Team, an Hamburg Aviation. Eine große Ehre. Vielen, vielen Dank nochmal dafür.